Ich schütze mich! Genau. Jetzt schwingen wir alle an die Keule. Zack 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 Ach mann! Oh! Ah, ich wollte schon gerade sagen. Bam! Oh oh. Halt dich nun für den Schmerz. Speichern. Ah, okay. Ach, muss ich noch... Ah, okay. Habe ich alles? Guck mal, stimmt auch noch was. Ich wusste es doch. Und er hat auch die Angel dabei. So, jetzt aber. Wie man den verarschen kann, ey. So, wir nehmen jetzt Frodo. Nein, Merry. Hä? So, Pippin. Pippin. Der Gute. Was ist nun? Okay. Einfach mal. Den werfen. Okay. Nochmal. Wo jetzt hin? Ach, wieder da oben. Okay. Kein Problem. Ah, Sam. Sam. Frodo. Sam. Gut, wir können ja theoretisch auch den hier machen. Okay, doch nicht. So, Sam. Jetzt bist du aber dran. Grab für mich bitte ein Loch. Deiner Blume. Sehr schön. Was nun? Ach so. Da müssen wir dann lang. Das wusste ich ja nicht. Das Spiel habe ich auch nur ganz kurz mal gezockt, wo ich es mir gekauft habe. Weil danach... Ich hatte noch ein paar andere Spiele noch zu spielen. Habe ich es erst mal sein lassen. Ah, jetzt müsst ihr was angeln. Wer angelt mal nochmal gerne? Pippin, glaube ich, ne? Oder gibt es nur Mary? Wurde gucken. Ne, Mary. So. Zip. Okay. Und blab. Was haben wir denn dann gefunden? Okay. Hä? Wo müssen wir denn dran? Will ich mich verarschen? Jetzt aber. Jetzt geht's. Ja, Ringgeist. Abbauen, würde ich mal sagen. Kann man hierher? Ja. Sam kann mit seinem Schaufel an Lego Erde graben. Sam, du bist nochmal dran. Okay. Ach so. Hahaha. Moskid, ne, Bienenest. Bienenest. Vielleicht glaube ich, das würde sich der Ringgeist auch nicht so gefallen lassen. Ah. Okay, wir brauchen einen Fisch. So. Ach nein, das ist einfach nur... Ah, da oben ist irgendwas drin. Keine Ahnung. Hm. Keine Ahnung. Kann man bestimmt auch dann später noch machen. Okay. Okay, wieder was werfen. Ich glaube, wir können auch gut Baseball spielen. Also so, wie gut wir werfen. Mit Sam und so. Macht das, glaube ich, gar nicht so viel aus. Aber ich muss jetzt wieder... Ja. Oder wen? Böckenburger Fähre, folgt mir. Böckenburger Fähre. Abhauen. Wen haben wir eigentlich jetzt? Okay, wir haben Fροdo. ist so einfach jetzt. Nein, 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 nein. Boah, ich wollte gerade schon sagen, ey, gleich hat er mich Wir haben Laternen mit dran, ey Laternen, ich glaube es nicht, ey Los, spring Mein kühler Freund Laternen dran, das ist natürlich geil, ey Frodo, nein Über die Brangyweinbrücke Brangywein Sehr schön Der schwarze Reiter Level abgeschlossen, freispiel, freigeschaltet So, jetzt kriegen wir jetzt Frodo und Sam haben wir Jetzt kriegen wir Frodo im Auenland Merry Pippin Das war's Neuer Charakter zu Kauf verfügbar Wieder zwei Sehr nice Ah, jetzt kann man es endlich wegmachen Dass es ein bisschen schneller geht So, ich glaube ich noch eine So übelschwer Da überhaupt eine zu finden Ne, zwei Stück hatten wir, genau So Geschichte natürlich fortsetzen Oh Mach nur Gar nichts Gut Okay Ah, fängt es an zu regnen Scheißwetter hier In Bré Wollen wir das mal einsammeln Klack, 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 klack Und wenn wir mal speichern natürlich Ne, Kartenstatue ist das Wo kann man denn speichern? Da müssen wir gleich rein Wir werden es aber nochmal hier kurz einmal umschauen Der kleinen, neuen Futter Aber ich habe meinen Suppentopf auf der Straße verloren Auf der sich der schwarze Reiter herumtreibt Finde ihn für mich Ach, das sind Dings Das sind, ähm So kleine Aufgaben Ah, okay Gut, gut, gut Hä? Sam Du musst mal kurz Feuer machen Um es ein bisschen heller hier zu machen Also trostlos hier Sehr schön Eine von vier Flammen Ich soll schon noch mehr Hä? Was ist, kann man hier machen? Nur einen Tunnel kriechen Das möchte ich aber nicht Da ist noch eine Flamme Zack Machen wir noch eine an Sehr schön Ah, ist ein Ausgang Aber da brauchen wir jetzt gar nicht lang Oh, das ist ein Tänzende Pony Da wollen wir doch nicht rein Ich will doch erst mal Kurz einmal Gimli kann Lego-Böden hoch Ah, da ist noch ein Feuer Das müsste das dritte sein Jetzt fehlt uns noch eins Aber ich glaube hier Gibt es nichts Nein Eins, zwei Ah Wo ist ja da noch eine Flamme Bei dem Typen waren wir ja gerade schon Da Sehr schön Da haben alle vier Flammen Oh Hä? Wo denn? Will ich veräppeln? Hä? Jetzt bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt Ach, da ist es Sehr schön Ach komm, gehen wir einfach mal rein Gucken wir mal Was dazu gibt Du siehst hilfsbereit aus Möchtest du mir einen Mitril-Kelle machen? Als Ersatz für die alte Ich würde dich dafür in ein Geheimnis einweihen Das dir bei der Suche nach anderen Aufgaben hilft Achso, das sind die ganzen Aufgaben, die ich jetzt machen könnte Geh zum Schmied Um Gegenstände zu schmieden Entwurf freigeschaltet Ah, okay Das ist auch cool Wähler Entwurf aus Zu schmieden Natürlich den Plum plum Und der Zwerg kann anfangen Ich will jetzt eine Mitril-Klinge So, kurz durchlesen, wie das geht, ne? Sehr schön Und nochmal Ah, jetzt Das ist doch geil, oder? Was? Eine Mitril-Schaufel war das nur Genau, es war gar keine Klinge Aber schon mal ein Gegenstand Den wir jetzt haben Sehr schön War es das? Ja, ne? Äh, drücken Okay Ja, ich will doch raus Hä? Will ich veräppeln? Verstehe ich jetzt nicht Ey Schatzgepäck Ich will doch raus Warum geht das denn jetzt nicht, ey? Wo ist das denn? Das ist ein Fehler jetzt im Spiel drin, ey Ach man, ich will doch hier raus Hä? Hä? Alter, wollt ihr mich veräppeln? Zunderwübser Jetzt kann ich hier nicht raus, ey Warum? Fortsetzen Wollen wir uns hier irgendwas noch machen, ne? Ne Alter, das gibt's nicht, ey Ne gut Dann würde ich erstmal sagen Mache ich eine Aufnahmepause Ich versuche doch hier irgendwie rauszukommen Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei Lego Harry Potter Ach Lego Herr der Ringe Mit mir in Guiva Und Ja Dann bis zum nächsten Mal Tschüss Schatzgepäck